willkommen mein name ist aniel und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of cilia immer im kolosseum ich habe nicht gesehen was im letzten part passiert ist wir versuchen wieder zum ersten mal in den einzelkampf mit jude und ja zum ersten mal und machen er hat jetzt einfach so ein gutes gefühl diesmal meine herren wer ja wie ich schaffe ich war nicht und ich halte mich ganz weit entfernt vom äußeren rand einfach so weil warum nicht mittels schöne die zuschauer kann man aussehen und ich sehe gerade die zuschauer bewegen sich auch nicht einfach irgendwie so plakate so pappfiguren die da stehen auch immer her ich komme ganz bestimmt nicht zu euch ich habe glaube ich auch an den fp grad was geändert ich habe weiß nicht mehr was ich raus genommen habe jedenfalls habe ich jetzt reingenommen dass ich zu einer 40 prozentigen wahrscheinlichkeit wieder blieb werde weil es nicht wie fertig wird heißt man danach ok so diesen verdammten skorpion möchte ich mich nicht übergeben lassen den auch nicht also bis euch und er geht mir sowieso jetzt auch vernerven ich habe echt keine lust mehr das hier noch mal neu zu machen von eindeutig schon ein paar mal zu viel von anderen so ist ein komponierter so ist ein komponierter ja 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 eher das wie dumm heißt genau ja aber clerbe kaum ja tp und so glaube ich ja ich würde das gerne wirklich das mal schaffen nein auch immer mehr in der mitte damit ich nicht flinke umrundungen einsatz auf einmal hinter dir aus dem ring lande kann ja passieren so weit dass man auf dem ring fällt tschüss nein ich kann mich hier die ganze zeit selber auch damit jetzt wird er auf einmal ziel so dass mich in der mitte und ich baum kann ich doch komm herr bei uns ja tötet so komm her nein du zauberst mich auf einmal bin ich hinter ihm ohne flinke umrundungen ja nix damit magi pfff schicka waa au du hast du auf auf abzupehren uuuh aahahaha Mann, hör doch mal auf abzupehren Alter! Hör doch mal auf! Die wissen auch, wenn er von mir ist. Jawoll. Komm, Breakdance! Breakdance meint, ich kann dir beim Tanzen alles brechen. Hey, wo kommst du denn her? Nur bis zu Eiberschaft. Eibers danach im Kinderkampf. Mit Juul jedenfalls. Das hört ja auch abzuwehren, ne? Danke. Kommt einer von hinten. Hey, was machst du an dich? Ja, schon wieder ab. Ma. Ma, verreckt doch mal. Boah. Wie geht's eigentlich noch? Ich mach wieder ein auf Bruce Lee und hau einfach alles weg. Boah dumm. Oh na, keine Frinkumrundung, andere ist direkt hinter dem Viech. Aber ich kann ja auch noch, glaube ich. Boah, ich bringe mich ja noch selber rum, weil ich diesen Sprung hier mich retten will. Boah, ich bringe mich ja noch mal. Okay. Boah. 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 Okay. Boah. 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 Meine Fresse, ne? Ey. Komm her. Gibt es nicht irgendwas, wo ich so einen Rückstoß vermeiden kann? Boah, leck mich am... Wie oft habe ich das jetzt schon versucht. Ma. So, es fliegt raus. Boah, ich habe jetzt gar keine mehr von so einer Welt gesagt. Ein bisschen alle hier mit raus schmeißen. So, irgendwie klappt es schon. Ma. Leck mich an. So, er ist das schon mal geschafft. Ich glaube, wir sind hier nur da, um TP aufzufüllen. Leck mich am. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nein. Tschüss. Tschüss. Und du auch. Tschüss. 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 Mann. Mann. Mann, Mann, Mann. Es gibt nur so viel Frust, was ein Mann aushalten kann. Boah, das hält jetzt nicht wieder. Ich halte es nicht wieder. Aber ich brauche TP. Frust steigt. Frust steigt. Oh nein, meine Fertigkeit. Ernsthaft. Das ist auch abzuhören. Ernsthaft. Ist nicht cool. Boah, der wird einfach ab. Warte, ich werde gleich nur mein scheiß Ding im Spam, meine Arkan-Art hier. So, was wollt ihr? Es sind immer vier Gegner im Ring, kann das sein. So, du kommst als erstes jetzt an. Tschüss. Na, wir sind immer noch da. Lett mich ab und verschwinde, Mann. Nein, das ist mir zu riskant, ja. Somit ist bei Ivar gleich Dingens weg. Er rannt. Tschüss. Oh, einer ist schon mal weg. Irgendwie am Arsch. Ich weiß, er ist jetzt ein bisschen langweilig, hier so zuzusehen, aber ich bin in Bewegung. Oh, ich hab ihn. Komm her. BANGS! Oh, wir geben die LCP raus. Oh, mein Gott. Boah. Ich hoffe, dass er einfliegt wird. Oh, das ist ja auch aufzuhören. Warum habe ich denn jetzt Gift und Bewegungseinschränkungen? Was weiß ich. Alter, ich hab nur drei. Was ist denn? Boah. Sag mal, geht's eigentlich noch? Boah. Es ist so ein Spaß. Boah. Ja, jetzt habe ich es schon. Jetzt mal. Boah, du bist ja immer noch am Leben. So, ich hab so das Gefühl. Ich weiß voll. So. Du. Nein, nicht in die Richtung, nicht in die Richtung. Boah. Du, komm her. Wow. Komm her. So, ich hab euch alle im Blick. Nein. Du. Komm her. Mach das nicht nochmal. Krieg da raus. Boah, da war es schon wieder. Boah, da war es schon wieder. Boah. Ich glaub, ich hab halt dich lieber hier im Visier. Pfff. Dann macht er jetzt schon wieder. Oh, nein. Nein, warte. Du gehst mir damit auch von Nerven. Hör auf damit. Stirb, stirb, stirb. Ich bin mir gefallen und stirb. Stirb, 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 stirb. Boah. Warte, wenn ich allweil erreicht habe, ist kein Problem. So, jetzt noch ein paar. TP. Boah, da geht ja immer noch weiter. Stimmt. Hä? 5? Mein hat schon mal 5? Wir sind auf diesem Ort. Das ist nicht funktioniert. Das ist nicht funktioniert. Ach, egal. man ist länder man es ist mir einfach ich habe jetzt gefrusten zu kämpfen bei der kampf von eiver der kampf gegen eimer war jetzt nicht mehr so weit entfernt eigentlich geht weg war schon im größten klein bzw die paar so gekämpft haben wir aber wer sagt nicht so und er zugeben mal gibt es auch nicht weg daraus Lück da raus, Mann! Mua! Boah, da gibt's ja... Ja, du wolltest mich auch rausschmeißen, ne? Ich glaub, ich spinne. Wir sind doch alle nur da, um einen rauszuschmeißen. So, er buddelt sich schon wieder mal ein, oder? Ne. Ich mein, hier war's auch schon richtig nervig. Boah. So, verarschst du mich hier? Boah, das ist ja auch damit. Lass uns mal kurz heilen. Danke. Warte, weil ich mach gleich platt. Komm schon, weg. Mua! So. Das war mal bloß nicht. Verdammt, das ist auch schon in der Mitte. Verbrechen und Strafe. Ja, der rückt mich am Arsch. Hör auf, abzuwehren! Ma! Hallo, hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! werden meine güte ich mache ihn ja schaden aber trotzdem hat nervt fokuss dann macht er hier einmal macht sowieso einen angriff ja danke so guckt euch mal an jetzt wie ich ihn hier wegfehle vor allem seine scheiß dinger hier wieder nein jetzt hat er auch noch meine arzt mal er hat schon wieder ich brauche nicht meine nein okay weg weg mit dem oberlimit jetzt wenn ich nur mit dingen fett machen muss ist kein problem aber mein ding ist aktiv ich habe doch gerne meine dinger hier nein scheiße auch damit ich kann dagegen gar nichts machen nein vor allem ich habe gesehen wie ich die ganze abgewertet habe immer jetzt bin ich irgendwie durch ihn durch ey das ist so unfair ne deine scheiß angriffe die tun mich die ganze zeit stunden und konzentrier dich mann hör auf damit ey wie weit gehen seine angriffe ey wie er steht noch einen kilometer von mir entfernt das gibt es auch nicht ich kann mir bis jetzt noch gar nicht zum angriff in letzter zeit ich stehe hinter ihm und er trifft mich ja ist gut ist gut ist gut ist gut ist gut ey was ist das denn ey was ist das so komm ja oh meine dinge sind auch alle man das war das falsche ey seht euch an ja jetzt kommen wir direkt wieder auf mich zu ey ich bin am abwehren danke so ja super jetzt guckt euch mal an wie langsam ich bin wegen seiner scheiß x oder was auch immer die hier sind oh gott geh weg ich will deine mystik nein nicht schon wieder nein ernsthaft nicht schon wieder nicht schon wieder leg mich am arsch das war sehr schön wir weg ich will dich nicht wir sind besser die namen Guck! Ich seh' nicht, wie ich... Das war gut! Das war gut! Meine Speer! Fandom Search! Meine Hände! Guck! 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 Fandom Search! Meine Hände! Hey, ich hätte meine Füße noch am linken hier. Kann er dadurch seine Mystic Art machen, auch wenn er nicht im Overlimit ist. So, komm her. So, komm her. Jawoll! Oh mein Gott! Da war eine Geburt. 16 Minuten. Ja, super. Ich sehe 25 Minuten. 26 Minuten. Also, sag uns, wie sich der Sieg anfühlt und mach dieses Mal ruhig ein paar Scherze. Scherze? Naja, ähm... Wer auch immer gesagt hat, ähm... Es kommt nicht darauf an, ob man gewinnt oder verliert. Tja, ich wette, der Typ war ein Verlierer. Weil sich der Sieger nämlich gut anfühlt. Oh mein Gott, alles klar. Einen halbherzen Applaus für Jude, Leute. Halbherzig. Boah. Alter. Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr gewonnen, als ihr euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Warum haben die alle hier so einen sarkastischen Ton? Schön, äh... Schönheit, was? Mila Synchronisationen, okay. Und viel Geld, viel Geld. Und wir haben Koch bekommen. Geil. Ähm... Wo wird denn hier alles ein Level ab? Mila! Okay. Wieso betone ich Milas Name denn jetzt auf einmal so? Elisa! Mila! Hat er noch jemand ein Level ab? Nö, okay. Äh... Geschicklichkeit. Boah, aber diese Kreuze hier, die sind aber auch ganz schön heftig gewesen. So, Schönheit, wo ist Schönheit? Äh... Ist das eine Art? Und den... Den-den-den-den-den-den... Ich bin verwirrt. Movement den Jude... Ah, Jude, okay. Ähm... Wo? Hier. Geisterverschiebung, ich bin mit Mila verbunden. Dämonen-Faust, Zerbo-Schlag, Stahl und Handflächenschlag für Geisterverschiebung geeignet. Hä? Okay. Hm, ja. Dann... Keine Ahnung, das interessiert mich ehrlich gesagt. Machen wir... Keine Ahnung, hier, Windschutz, Lichtschutz weg. Und machen das. So, dann speichern wir, weil... Keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Park, wenn wir die fortgeschrittenen Teamkämpfe hier mal versuchen. Oh Gott. Das wird ein Spaß, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage... Tschüss! Ah... Ahnung.